Setzen Sie sich hinter das Steuer dieses SUV und erleben Sie das geräumige Interieur. Dieser Jeep ist aus dem Jahr 2012 und hat 82.000 Kilometer auf dem Zähler. Ein Benzinmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Das geräumige Interieur bietet 5 Personen den Komfort von einer Klimaautomatik, einem Regensensor, einem Bordcomputer und Zentralverriegelung. Untertitelung des ZDF, 2020